Es wird sicher spät heute. So lange musst du dich um alles kümmern. Na klar, mach ich. Versprochen. Also gut. Hier, bitte erledige das, ja? Mal sehen. Den Zaun und die Tür am Hühnerstall reparieren. Und außerdem die Tiere füttern. Ist alles kein Problem. Jetzt geht's schon. Beeilt euch lieber, damit ihr den Zug nicht verpasst. Die Tiere sind auf dich angewiesen, Nils, und der Zaun ist sehr wichtig. Ich habe neulich einen Fuchs in der Gegend herumschleichen sehen. Keine Sorge, du kannst dich auf mich verlassen. Ehrenwort. Bis heute Abend, Nils. Pass auf dich auf. Mach's gut, Junge. Ja? Ja, endlich allein. Ich kann machen, was ich will. Ich scheuch sie mal ein bisschen durch die Gegend. Ja, das wird lustig. Ja! Aus dem Weg, runter von der Landebahn. Nils ist im Anflug. Juhu! Ha 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 ha! Ha? Ah! Oh je. Den Zaun reparieren? Die Tiere füttern? Vergiss es! Ha ha! Hau ab! Husch, husch! Husch, husch! Hm. Nils, du hast es drauf. Ha ha ha! Der neue Flieger wird super! Ja! Ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha! Ha ha! Hm. Ha ha ha! So ein dummer Vogel! Raus mit dir! Weg mit euch! Halt ab! Fertig! Startklar! Ich bin so was von genial! Meine neueste Erfindung! Der Propeller-Drachen! Verzieht euch endlich! Ihr nervt, kapiert ihr das nicht? Nur der Schwache fühlt sich stark, wenn er anderen schadet. Hey, wo kommt der auf? Bedenken! Oh weh! Lass mich frei!